Hier stehe ich vor dir, Gott. Ich bin da, du bist da. Sieh her, Gott, das bin ich, mit allem, was ich bin, meine hellen und dunklen Seiten. Das alles halte ich dir hin und ich bitte dich, wandle du es in Segen, dass dein Segen in mir wirke, in meinem Denken, in meinem Reden, in meinem Fühlen, in mir als ganzen Menschen. Dafür danke ich dir. Ich bin da, du bist da. 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 Untertitelung des ZDF, 2020